So liebe Freunde, Stefan hier für euch und wenn ihr wissen wollt, wie ihr aus bloßen Randnotizen wahrhafte Eyecatcher kreiert, dann seid ihr bei unseren 50 Post-it-Vorlagen genau richtig und zwar zeige ich euch mal, was man damit alles anstellen kann. Hier habe ich jetzt nämlich die 5 Ordner mit unterschiedlichen Dateien, PNG und PSD-Dateien. Eigentlich braucht ihr 99,9% der Fälle nur die PNG-Datei, aber die PSD. Wenn ihr wirklich mal irgendwie noch dran rumschrauben wollt, dann ist die mit enthalten. So, was können wir uns damit anstellen? Ja, gucken wir uns das Ganze doch einmal an und zwar habe ich hier einen Screenshot von unserem Portal PSD-Tutorials.de. Und während wir jetzt hier eine passende Stelle suchen, dann kennt ihr doch meistens diese bunten Klebezettel immer nur an Kühlschränken. Aber es muss ja nicht immer nur an Kühlschränken oder irgendwo auf Notizzetteln noch dazu geklebt werden oder als Ich-wünsch-der-en-schönen-Tag-Gruß an die Tür für die Frau, Freundin, Partner, wen auch immer. Doch wir zusammen, also ich und meine lieben Zuhörer jetzt momentan, wir werden das von der manuellen Variante in die digitale Variante ummünzen und schauen, wie wir das ansetzen können. Ich habe ja hier jetzt unseren Contest-Bereich einmal herausgesucht. Den findet ihr hier unten, bei dem man für die eingereichten Bilder in den Contests voten kann. Na ja, da bietet es sich doch wirklich praktisch an, wenn wir uns hier einfach mal ein Post-it hinkleben würden, auf einer Webseite. Dazu hüpfe ich schnell in den Browser, ziehe mir hier einfach das 0,1 gelb PNG einmal hinein. Das ist jetzt ein bisschen groß, muss man ein bisschen kleiner machen, Moment. Mit Shift und Alt skaliere ich das Ganze in das passende Format, werde es sogar noch ein bisschen drehen. So, und jetzt haben wir hier unseren Post-it mit einem entsprechenden Schattenwurf hier, sieht total klasse aus. Ja, und dann kann ich doch einfach noch ein paar andere Elemente draufsetzen, wie zum Beispiel, ich habe hier irgendwo einen Wink, genau. Wink-Smiley, so, den nehme ich auch mit dazu. Und dann noch die passende Schrift drauf. Don't forget to vote. In schwarz. Und bold. Zack. Zack. So. Und wenn wir uns das Ergebnis hier jetzt mal anschauen, auf der Webseite, dann erkennt ihr wirklich ganz deutlich, das sieht ultraplakativ aus. Du musst dich also nicht mehr darum kümmern, dass der Schatten richtig sitzt, dass das da wirklich authentisch reinpasst. Nein, das ist alles schon erledigt. Einfach draufklatschen, die PNG, Texte reinballern und fertig ist der waschechte Notizträger. Ich mache jetzt mal folgendes, ich werde das hier einfach mal nehmen, ja, entsprechend in eine Gruppe schmeißen, so. Und dann kann ich das wirklich hier einfach beliebig rumschieben. Ihr seht, das passt sich überall perfekt seiner Umgebung an. Und springen wir einfach mal einen Tab weiter, dann könnt ihr schon die ganze Vielfalt ahnen. Wir haben hier wirklich ganz unterschiedliche Ecken. Hier zum Beispiel mit einem leichten Schattenwurf. Hier habe ich ein Eselsohr reingeknickt vom Fotografieren. Hier habe ich es sogar noch ein bisschen drastischer gemacht mit dem Eselsohr, genauso wie hier. Und hier haben wir sogar einen Doppelknick. Also wirklich, bei so vielen Eckenvarianten bleiben kaum Wünsche offen. Und ich habe euch gleich noch ein zweites Beispiel mitgebracht, wie das mit dem Hintergrund schön harmoniert. Schaut mal, wir haben jetzt hier so einen, ja, soften Grauverlauf. Und wenn ich hier einmal so eine Holzstruktur im Hintergrund auflege, dann seht ihr, wow, ist das nicht cool? Und so richtig scharf kommt es dann rüber, wenn ihr natürlich solche Scripting-Schriften nehmt. Und ich zoome hier einmal hinein, hoppala, das war eine Spur zu viel. So ungefähr, so Scripting-Schriften. Ich habe hier mal eine Ebene gemacht, da seht ihr zum Beispiel jetzt einfach mal, wie der Font gestaltet ist. Und darunter immer den Namen des Fonts. Und dann seht ihr, ja, die Jellica ist zum Beispiel eine erstklassige Scripting-Schrift. Also alles, was so einen Handwritten-Charakter hat, das eignet sich hier ausgezeichnet. Möglichst krakelig soll es aussehen. Dann könnt ihr hier wirklich super damit arbeiten. Und jetzt kommen wir zum ultimativen Hardcore-Test. Denn ich habe mir gedacht, dass ihr euch vielleicht jetzt in diesem Moment denkt, ja, in digitaler Umgebung ist es ja alles kein Hexenwerk. Das ist ja easy. Ja, aber wie sieht es denn mit einer Real-Life-Umgebung aus? Und hey Leute, jo, eure Bedenken greife ich jetzt auf. Ich habe nämlich ein Foto gemacht. Schaut mal. Das bin ich, ja. Als Selfie vor dem Spiegel. Und dann kennt ihr das vielleicht, dass man gerade anspiegeln liebevolle Nachrichten hinterlässt. Und ich hinterlasse euch jetzt eine Nachricht. Und dann schauen wir uns mal, ob das wirklich so cool aussieht. Passt auf. Ich ziehe mir einfach nochmal diesen Post-it hier rein. Der ist jetzt natürlich viel zu groß. Den machen wir mal ein bisschen kleiner. Dann werde ich den drehen. Ungefähr so. Als hätte man ihn tatsächlich hier an den Spiegel geklebt. Ihr müsst auch in dem Fall bitte entschuldigen, dass es in meiner Bude so unaufgeräumt aussieht. Aber ich hatte ja nicht mit Besuch gerechnet. Und die Flasche Wein hier oben, die habe nicht ich geleert. Die war da schon, als ich eingezogen bin. Ja, ehrlich jetzt. Gut, zurück zu unserem Live-Exemplar. Und zwar werden wir jetzt hier unseren Post-it mit einer Nachricht bestücken. Und zwar schreibe ich jetzt hier einfach rein. Da muss man vielleicht ein bisschen größer machen. Das scheint mir ziemlich winzig zu sein. Also hauen wir mal ordentlich auf den Putz. Ich denke mal, so 800 Punkt bei der Schrift brauchen wir schon. Das ist sogar ein bisschen zu groß. Machen wir mal 500. Und dann schauen wir uns das mal an. Okay, hey, Kumpel. So, dann bestätigen wir das Ganze. Wir werden das noch ein bisschen rotieren. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann gebe ich zu, okay, ein bisschen übersättigt ist es jetzt vielleicht schon. Vielleicht müssen wir hier mit dem Dynamikregler ein klein wenig von dieser Farbenpracht rausnehmen. So, damit sich das ein bisschen an die fotografische Umgebung anpasst. Aber jetzt könnte ich mir sagen, mhm, Halleluja, das funktioniert ja richtig gut. Also Leute, ausprobieren. 50 Stück sind für euch drin. Jetzt zugreifen für einen wirklich unschlagbaren Preis. Und ich darf betonen, das ist jetzt keine Trottlerei oder Schabernack für irgendwelche Leute, die nur Langeweile haben. Nein, für grafisch-visuelles Design ist es ein echter Sidekick mit zahllosen Einsatzzwecken in authentischer Verpackung. Schneller kommt ihr nicht an ein digitales Post-it. Versprochen. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Servus. Euer Stefan. Euer Stefan.